Ich habe einen Song erblickt, der sich jetzt wieder irgendwo versteckt hat. Aber ich glaube, an einer Dicerreise hat es ganz klein gemacht. Aber ich bitte ihn globalen als erstes zu uns und freue mich ganz besonders, dass ihn wieder hier begrüßen dürfen. Euren Applaus für Payment Army! Payment, unser Model-Coach, natürlich heute wieder in dieser Mission unterwegs. Und ich kann ja schon ein bisschen mehr sehen als die Zuschauer. Das sieht super aus. Du hast ganze Arbeit geleistet. Wie war das heute? Also ich habe nicht so viel Arbeit geleistet wie die ganzen Kids. An dieser Stelle wollte ich auch sagen, wir haben uns ja bei allen bedankt. Aber es gibt noch zwei Parteien, bei denen wir uns noch nicht bedankt haben. Und zwar sind das die beiden Herren hier, die Moderatoren. Wir machen das nämlich schon seitdem ich die Veranstaltung kenne. Sie sind hier dabei mit Herzblut und es macht riesen Spaß, denen zuzuschauen und mit welchen Elan, mit welcher Energie denen an die Sachen reingeht. Also riesen Respekt. Nochmal einen riesen Applaus nach euch beiden. Dankeschön. Aber, aber, ich bin ja auch schon seit fünf, sechs Jahren, sieben Jahren oder so bin ich jetzt dabei. Und ich sehe, wie das von Jahr zu Jahr wächst. Und an dieser Stelle wollte ich mich natürlich auch noch bei euch allen bedanken. Bei den Eltern, bei den Familienangehörigen, bei den Freunden, bei den Zuschauern, bei den Leuten, die hier vorbeigelaufen sind und sich gedacht haben, ey, was ist das für eine Riesenparty, da möchte ich mit dabei sein. Bei euch allen möchte ich mich bedanken. Ich habe hier schon Leute gesehen, die sind extra aus Frankreich hergekommen. Extra aus Frankreich. Das hört man sogar schon über die Grenze hinaus. Das finde ich super toll und ich möchte, dass das immer mehr wächst. Irgendwann werden wir in der Commerzbank Arena sein. Ja, Applaus! Wo ist der Bürgermeister? Wir wollen in die Commerzbank Arena! Ja! Ja, an dieser Stelle, also langsam geht's los. Die Kinder sind schon total aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ihr seid aufgeregt. Egal was kommt, egal was kommt, das Größte und das Beste, was wir hier haben, ist der Spaß an der Sache. Das wissen die Kids auch, trotzdem sind sie aufgeregt. Ich möchte, dass ihr Spaß habt. Ich möchte, dass die Kids aber auch spüren, dass hier alle Spaß haben. Ich möchte, dass die Kids hier auch Darsteller sind. Und dafür seid ihr da. Ihr müsst applaudieren, ihr müsst ihnen Kraft geben, Energie geben und Spaß haben an der Sache. Okay? Habe ich euch gestanden? Ja! Ich glaube, das ist eine leichte Übung heute. Das Publikum ist warm gespielt. Der Laufding ist bereit. Wir werden jetzt eure Modenschau sehen mit Models aus aller Welt, möchte ich sagen. Eingekleidet von den vielen Helfern hinter den Kulissen und von unserem Modelcoach hier angeleitet. Viel Spaß bei der Modenschau! Danke. Und der DJ? Einen vielen Dank auch an den DJ! Daniel, vielen Dank! Daniel! Einen! Einen! 10.11 Euro! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.